Servus, gleich nochmal zu einem weiteren Video. Ich habe das in einem von den letzten Videos schon mal angeschnitten wegen Kondenswasser, wegen Schimmel. Da ist mir danach noch eingefallen, das gehört ein bisschen anders ausgeführt. Da kann ich die jetzt nicht brauchen. Da habe ich euch gezeigt, dass da in den Deckel, habe ich da eine Hinterlüftungsleiste drin, die sind nicht da dick, die sind jetzt ein bisschen schmal, die gehören ein bisschen breder gemacht. Das sage ich mal. Da habe ich jetzt einfach bloß einen Blechdeckel drauf, die hinterlüftet sind. Ich sehe das bei, was heißt, über drüben gesehen, Fuhl. Ich habe das bei anderen schon gesehen, die, wo das einfach so drauf stehen, da dreist den Deckel um, dann plätschert da gleich das Wasser raus. Dann gibt es die andere Variante. Ich habe jetzt da leider nichts da zum zeigen, aber das kann ich vielleicht, wenn ich daheim bin, nochmal herziehen. Fuhl wird auch verkauft. Da so ein Holzdeckel drauf, der wir da so genau da ringsrum abschließt, dass wenn eine Kiste ein bisschen vom Maß abweicht oder die nächste größere Kiste nimmst, die, wo im Ganzen vielleicht fünf Millimeter größer ist, weil es halt statt eine 22er, eine 25er Wand Stärken hat. Und da bringst du den Deckel schon gar nicht mehr drauf. Wenn es den Deckel runter geht und da plätschert schon das Wasser, aber von den ganzen Wassertropfen, die da entlang runterlaufen, dann seht ihr, dass ihr in dem Deckel keine Hinterlüftung habt. Klar, weil durch den kleinen Spaltmast, das sind ja bloß wenige Millimeter, da kann halt nichts, keine Luft zirkulieren. Wenn wir schon sowas machen, also das ist halt reiner Müll, was euch da verkauft wird. Bloß, dass es halt was kostet. Und das gehört halt ein bisschen anders gemacht. Also auf der Seite, da braucht man nicht so genau arbeiten. Und hinten und vorn, da muss man halt einen Zentimeter länger machen. Man kann das auch ringsrum ein bisschen größer machen. Und die Leisten laufen da längs nach, in der Mitte vielleicht noch zwei kurze. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll nachher. Und somit kann immer der Wind, die Luft da zirkulieren. Und man hat nie verschiedene Isolierung da oben. Da kann die Feuchtigkeit immer weg. Da braucht man sich nicht mehr drum kümmern. Irgendwie ist da ein nerviges Viech dabei halt. Da hinten drüben haben wir einen. Also da, wenn man die Hand drauf tut, also die sind sofort da. Die sind standbegattet. Ich weiß nicht in welcher Generation. Wenn wir da so weit weg sind, darum habe ich mich da wenig darum kümmert. Mit der, mit den Belegstellenbegatten Königinnen. Da habe ich einfach aus den Standbegatten weiterlaufen lassen. Bis es normalerweise alle brav sind. Aber der, der spinnt da ganz schön umeinander. Allerdings muss ich sagen, jetzt haben wir in der Nähe halt nur einen anderen Imkund. Da weiß ich halt nicht, was der für ein Zeug hat. Bis jetzt war ich jetzt kein Problem. Aber jetzt scheinbar, wer weiß, was der für eine Teufel hat. Das merkst du halt nachher gleich. Aber anderes Thema. So, wir waren jetzt bei dem Deckel. Hinter Lüftung, Feuchtigkeit. Das allein vom Außendeckel. Da könnt ihr selber nachschauen, wie sind neue Sachen gemacht. Mit bloß Lächerchen da oben reinbohren, wird es wahrscheinlich noch nicht da sein. Also wenn innen nicht der Abstand da ist, dann könnt ihr oben, da klangen keine kleine Lächerchen. Da müsst ihr schon größere Lächerchen reinbohren. Ich weiß nicht, 15er, 15er Lächer und dann mehrere nebeneinander. Dann braucht es wahrscheinlich ein Gitter hin, dass sie da irgendwelche Viehhäufe einziehen. Und dann könnt ihr vielleicht dadurch mit sowas noch behelfen, dass wenigstens die Feuchtigkeit da wegbringt. Aber im Grunde braucht es die nicht unbedingt. Mit den leichten Deckel ist es halt so, ja die fliegen halt leichter davon. Wenn es die nicht abbinden wird, dann fliegt da was. Noch was ist, wenn ich die Leisten da drinnen habe, den Deckel da. Ihr seht, so wie der schon da liegt, wenn ich das so herricht, Deckel auf, umdreht er da hingelegt und dann kann ich da gleich wieder sagen, drauf stapeln. Das Gewicht wird nach unten übertragen durch die Leisten, nicht irgendwelche bloß ein paar Punkte, sondern die Leisten übertragen das Gewicht. Ich kann die Kisten jetzt in die, in den Deckel reinstellen, auf die Leisten drauf. Ich kann den aber um 45 Grad verdrehen und dass der bloß auf den Außenkanten aufliegt, sodass wir unten praktisch einen Freiraum haben, dass man da, dass man da keine Bienen da batzen tut. Ich habe vorher gerade da eine Kiste gewechselt, weil ich den Austausch habe zum Reparieren. Ich tue den Deckel am Boden hin, stelle die Kiste drauf und fange dann an zum rübersortieren, zum Umhänger. Und beim Umhänger stelle ich fest, dass da im Deckel nach unten die Königin rumgrauert. Hätte ich das einfach auf der Wiese gemacht, weil die Königin fuhrt, du merkst das nicht, tappst dann drauf. Beim nächsten Mal kommst du her und dann geht es wieder los. Ja, warum ist jetzt da kein Königin mehr da? Dann erfindet man wieder die Fragen in den sozialen Medien. Und was ist da passiert? Was könnte da passiert sein? Auch so ein Faktor. Aber so viel zu dem Thema. Jetzt wisst du schon mal mehr. Also Servus und ich mach jetzt da mal zu.